Wenn du auf der DPI-Auflösung den Headshot machst, gibt's Geld. Ha, aber nix. Die Maus auf Hardcore. Ich weiß nicht, wie hoch ich die stellen soll. Ähm, denn... Ich mach's nochmal auf volle Pulle, auf 8. Ähm, und dann gucken wir mal, was 8 so bringt. Ähm, oh Gott, das wird Ultra. Der Krampf, Leute. Hilfe. Ähm, alter, merkt ihr das, wie... Wie zittrig ich bin? Ich hauch die Maus nur an und ich... Okay, mein erster Kill. Oh Gott, der hat's gemacht. Wir gehen einfach mal davon aus, dass ich gerade 800.000 DPI anhab. Er hat's mit 800.000 DPI gemacht. Oh! Alter! Ey, no chance, Mann. Trotz dessen, dass die DPI so hoch sind, ist das gar kein Problem für mich, Mann. Hallo? Okay, okay, okay. Also, ähm... Ich werde jetzt richtig crass abkillen. Vielleicht treffe ich den Ball, warte. Ja, easy. Was? Nein! Ich hab' ne hohe DPI, ich mach' den Stoff. Oh, fuck. Oh, fuck. Nein! Achtung! Oh Gott, ich pimmel ihn. Ich bin so dumm! Nein! Ahaha! Nein! Scheiße! Hä? Wo sind die? Nein, 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 nein! Ja! Oh, Drizzle! Nein! Ich hab' noch ne hohe DPI! Oh mein Gott! Scheiße! Ah! 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 Es ist unmöglich, mit dieser DPI zu spielen! Ah! Aber gut, das ist ja auch ne Strafe, ne? Oh, dann kann ich demnächst wieder die nächste Dummbödel-Challenge aufnehmen. Also, für alle, die jetzt erst zuschalten und denken, ich bin behindert, die, äh... Ich musste die Maus-DPI als Strafe hochstellen auf den höchsten Wert im Spiel und wie auch an der Maus selbst. Deswegen bin ich so am Pimmeln, ne? Also, wenn ich so mach, dann ist das nicht gewollt. Haffelix ist noch da, sehr schön, Haffelix! Okay. Okay, 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 okay. Hallo, Männer? Ah! Und wenn du auf der DPI-Auflösung den Headshot machst, gibt's Geld. Haffelix! Headshot incoming. Zauber, dann... Nein! Nein, Bede Sof! Ich will doch nen Headshot machen mit meiner geile Einstellung! Man muss doch richtig nasal sprechen, dann klingt man gut wie so ein Schnöse, oder? Zauber, nein! F, verfüg! Charles, Monroe? Nein! Nein, nicht in die Füße! Alles, nur nicht in die Füße! Ich muss doch noch nen Headshot machen! Ja, da ist der Headshot! Oh mein Gott! Haffelix! Fünf Euro bist du wahnsinnig! Ich dachte, jetzt nen Euro oder sowas übertreibt doch nicht so arg! Vielen Dank! Und da ist ja der nächste Headshot! Oder auch nicht! Leute, macht's gut! Bis zum nächsten Mal! Danke, dass alle dabei waren! Ciao! Ich muss noch nen Ausschalt kommen! Es cool geht! Ich muss noch nen Ausschalt kommen!